Wie schön die Erde, unsere Welt doch ist, mit offenen Augen sie entdecken, wie schön die Natur um uns herum noch ist. Die Tiere pflanzen endlose Wunder, wie schön die Schöpfung in ihrer Vielfalt ist, mit dir zu leben, lohnt sich zu lernen, wie schön, wie schön. Unser Fundament zu erhalten, Rio ist nun fast 30 Jahre her, 30 Jahre wenig passiert und die Härte des Wandels schreibt mehr und mehr, weil uns die Zukunft so selten interessiert, nach uns die Sintflut war nie wirklich geil. Nach dem Rausch kommt der Kater, wir brauchen nicht nur einen neuen Style, auch als Mutter und Vater, ich hab ihn satt, den Konsum auf Kosten der Welt. Untertitelung des ZDF, Es wird noch Schönes in der Welt zu entdecken geben, Ja, wir sind Leben inmitten von Leben, doch die Hälfte aller Arten könnte bald aussterben. Drum lasst uns jetzt, ja jetzt, für neue Wege werben, Zehn Jahre weiter wie bisher, so bis 2030 und das CO2-Budget ist leer, doch wir verbrennen weiter fleißig, doch bevor die Korallenriffe davon verenden und andere Ökosysteme, lasst uns das Blatt jetzt endlich wenden, auf dass das jeder vernehme, in diesem Sinne ist es schon lange zwei. Let's see how beautiful the world is, with open eyes, we always find something, let's see how beautiful our nature is, with all its species and endless wonders, let's see how beautiful creation is, and how we can live in it and still protect it, let's see how beautiful the world is, let's see how beautiful it is, let's see how beautiful our nature is, unprotected, an protected? und protected. Untertitelung des ZDF, 2020